Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 189 von Arborion. Ja, ich bin schon durch das Wurmloch durch, hab schon den nächsten Sektor ausgewählt, um weiter zur Barriere zu kommen und da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Schauen wir mal, dass wir dann in der Nähe der Barriere kommen, weil da soll ja irgendwo dann irgendeine Aufgabe für die Bruderschaft sein. Da müssen wir gucken. Der Thomas Steele hatte mir da auch geschrieben, ja, googeln sollte man machen, was ja dann so ein bisschen Cheaten ist sozusagen. Aber ich glaube, der Weg ist eigentlich der richtige, was wir da hinkommen. Das war ja schon da eine Aufgabe so dran. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das weiter an. Bis gleich. So, war auch ein neuerer Sektor. Wir springen schon wieder weiter und gucken im nächsten Sektor dann, dass wir da näher kommen. Da war gerade noch die Lady, die was hat, die ist im Sektor angekommen. Dann müssen wir mal gucken, was wir mit der Lady gemacht haben. Ich glaube, die haben wir einfach nur verschoben. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir die vielleicht nochmal verschieben. Bin mir aber jetzt gar nicht mehr sicher, was wir mit der gemacht haben. Ja, schade. Gucken wir erstmal hier. Es sind Bergbauschiffe zwei, aber sonst auch nichts. Da ist ein grüner Blips, dann nehmen wir den doch. Dann springen wir da weiter hin. Sprungroute wird berechnet. Signale werden stärker, ist auch klar. Aber wir wollen da wegspringen. Ja, wie so, ne? So, Handelsposten, Kreuzer und ein Wurmloch. Cool. Wo geht das Wurmloch denn hin? Leider nicht in die richtige Richtung, ne? Aber wie immer werden wir das Wurmloch einmal ansteuern. Kreuzer, Handelsposten. Irgendwo, die Schiffe sind erschienen. Gibt es hier was am schwarzen Brett? Nein. Xotanschiffe sind das, okay. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das und dann wollen wir da hinfliegen. Weil wir wollen ja einmal in das Wurmloch gucken, wo wir da rauskommen. Aber geht nur darum zu wissen, wo das andere Ende ist. Dann fliegen wir sofort wieder zurück, weil, ja, hier bringt es das ja nicht. Weil das sieht man ja, dass das weggesprungen ist, sozusagen. Und nicht näher zur Barriere. Das hat mir also nicht wirklich was gebracht, da, ne? Aber wir wissen jetzt wenigstens, wo es rauskommt. Dann gucken wir mal, dass wir hier ganz schnell drehen. Und da wieder durchfliegen. Einmal durchs Wurmloch, bitte. Wunderbar. Ja, ist dröge und langweilig, ist klar. Kennen wir schon, ne? Das hat ja Thomas Stiller auch geschrieben. Dann werden wir halt diesen Weg gehen müssen, ne? Hier gibt es jetzt wieder nichts. Wir müssen uns nach da drehen. Ist ja schon mal was, wenn es natürlich ins Wurmloch rein. Und auf geht's. Jump. Hier ist nix. Ich gehe mal zu der Masse-Signatur mal hin und gucke uns die an. Wahrscheinlich nur wieder Piraten oder sowas. Ah. Wieder so eine Stern-Formation. Bringt die mir was? Ich glaube nicht, oder? Der blinkt hier auch, ne? Kann ich da was mitmachen? Untersuchung. Schildobjekt Nummer 47 lenkt Schild-Energie in Versuchsobjekt 8055 positioniert. Position ist in Sektor 146 100. Versuchsobjekt 8055 nicht Boss, oder? Oder heißt das Boss? Oder 8? Das ist bestimmt nur, äh... 146 minus 100, ist das ein... Ist da der Boss? Weil das ist 8055, könnte aber auch Boss heißen, ne? 146 minus 100. 146 minus 100 wäre da. Ja, ich habe es markiert, er wollte an Notizen setzen. So war es. So, Notizen haben wir mal hingemacht. Aber das ist ja gerade mal um die Ecke, ne? Also ich würde mal sagen, Koordinaten eingeben. Karte raus. Warte mal. Bin ich schon im Zentrum? Ist das der Zentralstern hier? Oder Asteroid? Ach, das ist der Zentralasteroid schon, okay. Ich müsste mich nach wo ausrichten, um da hinzukommen? Nach der... Okay, Lade-Hyperraum-Antrieb und dann geht es da mal hin. Mal gucken. Ich habe keinen Belassenstimmer, ob das wirklich so ist, oder ob da was anderes ist. Aber wir gucken aber jetzt mal gerade nach. Äh, da hin. Und nochmal. 146 minus 100. Ah, da ist auch so ein Ding. Oh, hier sind mehrere. Oh oh. Sind es drei oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich kann auch nicht damit interagieren. Nein, nein, leider noch nicht. Hm. Also drei Stück. Unten blinkt einer, oben blinkt einer. Gucken wir mal an, was das sind. Interagieren, untersuchen. 148 minus 114. Ja. Jetzt habe ich mir das von eben gar nicht aufgeschrieben, wo das war. War das hier einer von, oder? Warte mal, was sagte der? War das die Koordinate, die ich da jetzt hatte, wo ich vorher war? 148, 114. 148, 114. Wo sind wir jetzt? Wie ist der Sektor? Super, steht hier nirgendswo, ne? 148, 146 minus 100. Die Notiz muss ich ändern. Da ist ein Fehler. Das muss noch ne 5 sein. ok jetzt müssten wir gerade nur gucken der sagt mir das aber sind ja noch zwei weitere da die kommen bestimmt woanders her der wird bestimmt auch mit mir interagieren halten wir vorher an ich hoffe es untersuchen kommt auch von da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet wo ist jetzt der dritte da ist er ich glaube ich bin gerade von dem da gekommen und müsste jetzt den da anfliegen werden aber ich gehe davon aus dass da das gleiche ich habe keine ahnung was hier ist wofür das gut ist lasst uns mal mails lesen ob wir da irgendwas rausfinden hier haben wir nichts das spieler menü ja jetzt haben wir drei lege in der sub sind es ist klar auch zum entern stationsrunde das alle nicht dass die bruderschaft ist es ok das hilft mir uns jetzt nicht weiter ich weiß nicht wie es hier weiter geht wir springen definitiv weiter richtung zentrum jetzt lasst diese formation formation sein da kommen wir sowieso nicht mit weiter weil ich das auch gar nicht weiß was die jetzt von mir wollen hier ist auf jeden fall auf der karte markiert und wir müssen gucken dass wir die bruderschaft finden bzw eine station die eine aufgabe für die bruderschaft hat ok ist das schon der ring ok das ist schon der ring das heißt wir müssen uns jetzt hier stationen suchen da sind nur zwei tore dabei auch gar nicht hin springen oder zwei tor sind aber wahrscheinlich ist es noch unentdeckt was da wirklich ist wissen wir nicht an unserer karten vielleicht nicht aussagekräftig waren ich spring da trotzdem mal zu dem punkt hin und dann gucken wir mal da stand jetzt nur zwei tore ob das stationen sind oder nicht wissen wir nicht genau sehen wir erst wenn wir da hingesprungen sind noch nicht mal zwei tore werden hier angezeigt die map war wohl irgendwie mal anders oder keine ahnung was das für ein problem ist mit der map das ist ja auch spooky ne map gekauft und hat nichts gebracht wenn ich die nächste position jetzt an fliege ist genau das gleiche in grün da ist nichts drin da obwohl da gerade was stand irgendein bug drin oder was aber hier sind diesmal stationen ok irgendwie passt es nicht zueinander naja dann gucken wir mal ob sie die anglohne informationen für uns gibt ne suchen ah ah das wird die sein in zeiten wie diesen in denen die bedrohung durch die exotern wie ein dunkler schatten ständig über uns hängt verschwinden versuchen wir euch zu beschützen es lassen sich immer wieder gefährliche exotern artefakte der ganzen galaxie finden in denen die sich hin und näher nur unheil bringen sollt ihr eines dieser artefakte finden bringt es zu uns wir werden uns ihre annehmen und sie vernichten um uns der bedrohung durch die zuttern zu stellen und die galaxie zu einem sicheren ort zu machen einer unserer außenposten ist bei 150 minus 94 zahlen ein belohn von 100 millionen credits für jedes glied wird die bruderschaft 150 94 ist unser ziel jetzt ok ja das ist schon mal gut ne 150 ist 150 geht nach da warte ich muss noch mal lesen 94 war das nur sektor markieren notiz hinzufügen bruderschaft ok so das bedeutet wir fliegen dahin und schauen mal dass wir da dann weiteren kontakt kriegen koordinaten so computer eingeben passt die schiffe angegriffen ja super gut aber ich würde sagen wir kümmern uns etwas später darum hier wird es direkt angezeigt wo wir dahin können ja wieso ging das denn nicht ging doch letztens noch hat mir der jetzt ist weg welches schiff wird angegriffen was ist das zu meiner wechselung jetzt steht das da blöderweise auch wieder nicht mehr ne welches schiff wurde jetzt angegriffen spritquelle steht ja nichts drunter ja weiß ich auch nicht lassen wir jetzt erstmal so wir haben die aufgabe hier mit der bruderschaft die machen wir in der nächsten folge weiter ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn wir das nächste mal wieder mit dabei seid falls ihr noch keine ohr habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit wir jetzt nächste video hochladen gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen bis zum nächsten mal ciao